hallo und herzlich willkommen hier ist der pink panther und ich stelle euch mal den pvp modus vor von hazard ops dabei habe ich den lost aiming steve pitty und den dixon und wir spielen gegen die community vor allem weiß ich nicht was wir spielen ich habe nur eine diegel am starten müssen wir hier waffen freischalten jaja du siehst da gleich immer ein fenster wenn du gestorben bist ja und du musst halt kohle verdienen indem du hier die viecher tötest also die anderen das sind ja auch spieler jetzt die monster ach so die typen diesen monster genau das sind monster und das wird dann nachher nochmal wechseln hier wir gehen so ich weiss was es lohnt wo ist er da hat sie wo ist er da hat sie draufschießen so die spawn hier hinten wir machen voll spawnrapping wo ist er denn wo kommt denn wo kommen sie denn zerlegt. Ich will auch einen haben. Das gibt mir nicht Punkte. Ist doch zerlegt. Ist doch nicht zerlegt. Mich. Okay, äh, es geht. Ja, super. Hä? Also Team Death, ganz normal, Team Deathmatch. Double kill. Ey, was soll denn? Triple kill. Abgefahrener. Nein, oh, die hat mich getötet. Dieses, diese Miststück. Ich hab nen Frosch im Hals, der geht nicht mehr raus. Oh, die hat mich auch gekillt. Ah, cool, jetzt kann ich aber kaufen. Aber das ist, das ist eins der geilsten... Krass, was hab ich gekauft. Ach, ich bin jetzt ein Böser. Nein, 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 nein. Du bist immer noch... Nee, du kannst dann immer andere Dinger. Ich hab auch so nen Teil hier, guck mal. Krass, aber eigentlich sind das ja die Bösen, die wir hier sind. Achtung, links von dir. Die sind gut. Ich hab ihn mal kaputt gemacht. Ja, danke. Oh, ich hab nen Schild, jetzt hab ich nen Schild. Endlich. Da ist die Wiemitschild. Jawohl. I'm so fucking bitch. Revenge! Yes! Payback! 1000! Bam! So. Wundern, ich seh was auf der Minimap. Äh, Nord-Südlich. Ha! Ah! Nord-Südlich? Ja. Hey, dass die Bitch schon heil ist. Wir machen die bisschen nass, kann das sein? Kann sein. Kann sein. Ich hab auch... Aber die kriegen jetzt auch bessere Viecher. Pass auf, da kommt hier die durchsichtige Tutsi. Ja, die Bitch schon heil ist. Hast du einfach kaputt gelockt, ne? Hast du einfach kaputt gehabt. 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 Und Achtung, er hat ne Granate geschmissen. Hat er einfach ne Granate geschmissen. Schau sie an. Ey, so ein Glöck noch hinter der Damm. Können im Endeffekt das gleiche auswählen. Ne, die haben nur die Monster. Aber die sind ja auch Monster jetzt. Oder können die theoretisch auch die Monster auswählen, die wir jetzt grad haben. Der hat mal keinen Skill beim Laufen gehabt. Oh, die Bitch hab dich erwischt. Was nehm ich jetzt für einen Typen? Was hat der so einen Flammenwerfer? Was hat der... Granatenwerfer? Was hat der... Triple kill, baby! Ja, mach mal die mit Chill. Da kommt ein Hund dahinten. Was? Irgendwas gekillt. Nein! Oh, ist er explodiert. Ich glaub die Bitch ist die stärkste. So, jetzt nehm ich mal das Ding hier, Alter. Der geht ab hier. Der... Der geht mal ab. Das sag ich dir. Hast du? Was hast du? Was verrücktes? Ich hab auch was verrücktes genommen. Alter, der hat auch so nen fetten Schild, Mann. Ja, ich hab auch nen Schild. Ein Energieschild. Weißt du, was ich jetzt nimm? Da kommt die Bitch, 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 Dixon, Dixon, sie kommt! Ich bin nen Sniper-Guy. Kost am High. Ich hab nicht so nen tolles Schildkrieg, als du Roboter-Mensch. Hm. Hm. Das war's. Oh Gott. Nein! Hat er mich erwischt! Shit! Ich hab auf die Eide geschossen! Die Bitch hat mich genutzt. Ne, den... Ja, Alter, jetzt geht's ab. Hier, Granatwerfer vor dem Wind! Die Bitch ist die stärkste. Die kann sich nämlich jetzt harnen. Das find ich irgendwie unfair. Total overpowered. Worst Bitch ever. Worst Bitch ever. Worst Bitch ever. Pass auf, die tarns sich jetzt, die kommt ja gleich, die Bitch. Ja, die hört man, glaub ich. Oh, der ist starben, ja. Der sieht schön aus. Man muss aufpassen, man kann sich nämlich auch selbst Schaden zufügen. Oh, die Bitch kommt von hinten. Der Mensch! Ja, Baby. Bitch macht sich immer unsichtbar. Ich seh nix. Autsch. Jetzt hat sie... Ah, halt mich wieder, diese... Bitch! So, die Folge kannst du echt Bitch nennen. Ja, krass. Diese recht bitchische Folge. Also, die ist echt ein bisschen overpowered, die Alte. Weil die kann sich halt einfach mal eben vor dir... Los, Steve! Du mit dem Schild und ich komm hier mit... Weiß weiß ich was. ...bevor die unsichtbar machen und dann killst du dich einfach. Da ist n Hund. Lol. Der ist... Der ist... Der ist hier unten. Ich bin grad nur umsterben. Wo denn? Da hinten. Wo denn? Was denn du? Hinten, oben, unten? Geradeaus. Festlies. Was kann das Ding denn noch hier? Ne, nicht... Nicht viel. Bisschen rumschlagen. Ein Typ mit dem Schild, Mensch. Good day. Krass. Keine Ahnung, was der Typ hier kann. Ich mach's einfach. Pass auf. Jawoll. BAMS! Würde ich mal sagen. Okay, aber draußen schlagen sich gar nicht gut. Das ist der Ding daneben, Kumpel. Bam. Er hat getroffen. Was? Was? Wie hat der das gemacht? Ja, keine Ahnung. Mach den Lachen schon. Nein! Ah, der hat mich noch erwischt. Der Hund. Au. Wir müssen irgendwie zusammenstehen. Hey Bexel. Steve mit Brutzel. Da kommt noch was. Was? So, was denn? Der hat wieder... Ja, der hat gesammelt. Für die große Geschichte da. Also wer hat das... Ach, die Bitch kommt wieder von hinten. Ja. Der hat mich erwischt. Ich sammle jetzt auch mal ein bisschen. Was gibt's denn hier Schönes? Ich sammle auch mal. Ja. Das stimmt. Die Einer. Okay, die haben aber nur noch neun Zickets hinten, ne? Da müssen ein paar Leute wegnatzen hier. Ich hör schon wieder die Bitch. Boah. Da ranzt er mich weg. Ich muss sie zusammenbleiben. Nein! Oh, wieder die Bitch! Die Bitch ist echt alles andere als... Nett. Ja, die ist... Die ist... Ja, hier kommen sie schon wieder. Die ist overpowered. Ohne Scheiß. Weil wenn die in diesem Staff-Ding ist, kriegt die auch irgendwie nicht so wirklich Schaden. Auf jeden Fall werde ich die Entwickler kontaktieren und ihnen in einem handgeschriebenen Brief mitteilen, dass die Bitch overpowered ist. Da ist sie schon wieder. Guck mal, du siehst sie gar nicht, bist tot. Einfach tot bist du da. Und die kosten wahrscheinlich nicht mal so viel, deswegen haben sie die die ganze Zeit. Mhm. Die kostet, glaube ich schon vor. Ich hab eine Krase. 2.500 kostet. Krase. Die sind aber gar nichts. Die stärkste Waffe. Da ist sie wieder, schau. Schau mal an! Die macht einschlag, du bist tot. Ey, die ist schon mal da. Komm, kleine Bitch. Da hinten läuft sie. Was? Hä? Och Mann. Ja, genau, genau, genau. Das ist es. So. Guck mal, wie die wieder so raushält, die alte. Ich weiß sie. Was bist du für ein Dinges? Nein! Schon wieder! Du Mist ge-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Ja, die geht mal auf den Sack. Da drin ist was. Pass auf, da hinten. Komm, bei die Bitch. Bitch kick ist auch auf den Sack. Du kickst auch einen Sack. Du fettes Dingster. Nein! hier drin ist immer schlecht wir brauchen offenes feld jawohl habe ich erwischt da kommen ganz dicker ich spiele typ mit hut hallo du formieren 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 bei dixon da kommen dicker ja toll da ihr dürft nicht vor mich rennen weil das da gehen wir nämlich direkt kaputt dicker dicker da kommen noch so ein komischer andere er ist down wir müssen noch hinten aufpassen dass da die bitch nicht kommt ich hoffe ihr übelst rum ich hab sie ich hab sie ich hab sie kann irgendwas auf f machen keine ahnung ich mach mal doch dann wenn du auf f drückst dann haust du nicht zu dann tut er hier auf den boden jawohl da habe ich ein tröppel kill meine damen und herren immer die betrüppel kill wo ist sie denn ich hab sie es sei die da läuft sie hier vorne da ich hab sie jawohl vier kills zwei bitch ja baby beach mode angeregt äh dixon gratulation ihr habt ihr habt ihr das beste der rest so jetzt sind wir dran jetzt sind wir die tombys auf sie mitgebrüllen wir müssen sie alle zusammen angreifen ich bin ein chinesischer zombie ich kann kung fu ok ich komm zu jawohl da habe ich den ersten weggesnackt weggesnacki aber volle granate da einer ist in der mitte versuche ihn zu verfolgen ich bin echt schnell hinter ihm dran zack ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn junger bäm hat er eine gekriegt ey beim nachhören ja boi alter wieso hast du schon die bitch du wirst ja eine bitch ah da hat er mich ne die bitch finde ich irgendwie doof guck mal an jawoll 8 kills einfach weil warum nicht ich hab jetzt hier irgendwie so ein huckelpeter ich bin huckelpeter ja ich tu die einfach hier spawn rapen was ok ich bin tot oh nein das war nicht so gut so ich nehm jetzt mal die bitch wahrscheinlich ist die total scheiße jetzt wenn ich sie nehm ja ich komm damit gar nicht klar irgendwie I'm the bitch 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 and I have a like a like ass no scheiß ass hast du schon einer erwischt ey ja guck ich wollte mich eigentlich unsichtbar machen aber dann hab ich ihn einfach ge-bitch-slapped und was ge-bitch-slapped ah guck jetzt bin ich unsichtbar ah da kann ich nur langsam gehen das ist ja zumindest fair da kommt so ein ultra fetter so ein ultra ultra fetter ich hab einen ge-bitch-slapped ok der Typ hat mich gekillt ok der Typ hat mich gekillt ich bin tot das ist aber egal ja jetzt jawohl ich hab einen gekillt cross I'm äh das gibt zwei Bitches das ist ein Chinese Zombie ja die andere Bitch ist wahrscheinlich schon länger als die Bitch die Bitch Bitch die Granaten die sind geil dit läuft würde ich mal sagen tack tack schön nein nade mich noo ich rein weg egal ich bitch die alle mit meinem nicht bitch outfit Bitch slap wo sind die? alter geil jetzt gibt's oft die Maske Nordwest keine Ahnung irgendjemand ist hinter mir der läuft genau richtig jetzt können wir die von hinten bitchen guck jetzt zack einfach mal watschen geben weg ist er zünftige bayerische watschen geh so schau's da ob bayerischen watschen ich hab ihn einfach vorstet dafür BAM BAM als Trophäer BAM ich hau den Roboter kaputt jawoll Triple kill hab ich den einfach mit meinem ultimativen chinesischen Bitchen weggemacht hier den hau ich auch kaputt ich hab ihn nicht einfach drauf drauf schau's da ach ich hab ihn noch nicht erwisst auf geht's auf geht's los geht's los geht's so jetzt gibt's was ultimativ tolles weiß man nicht was aber jetzt gibt's es jawohl gebitch slapped da kommt er macht einen bitch snap ich block ihn ich block ihn ich bin tot ich block ihn ich block ihn ich bin tot aber das ist kein problem das war nämlich eine Sacrifice Aktion weil jetzt kommt der Obermacker keine ahnung was er kann sieht gut aus ja jawoll nein hat er mich erwischt hallo liebe Leute 8000 äh steve hinter dir kommt zum Schildmann aber block ihn einfach an ich bin nämlich hinter dem Schildmann was ist das denn für ein Ter... der checkt's nur noch nicht ich tu hier mal ein bisschen alles ausprobieren damit unsere Zwerbshauer auch alles sehen können weiß zwar nicht was der hier macht ist auch so ein Schildtyp mit so einem Teil tja tschuldkassierter Kunde jawoll ich habe hier so einen so'n Feuerbimmel aus dem Boden rum rumgefahren guck mal der Schildtyp der zieht sich gleich zurück was ich treffe ihn die ganze Zeit wach dieser fucking awesome wie immer sagt tötötötötötötötötötötötötötötö was ich hab doch getroffen geiler Kerl dieser Diablo verschwindet ich geh mal hier hinten rum ja da kommt die Bitch im Snap jawoll da hab ich ihn Da hab ich ihn Ey. Bitter. Bitter ist er! Kriegen auf die Fresse kriegen sie! Ultimativer Scorn-Rap hier jetzt. Oh, Katte, Goni, Moni, Moni, Oni! Oh, oh, ich bin ziemlich tot. Ich hab keinen Abfall mehr. Hau ihn kaputt! Jawohl! Geht auch. Hä, hol, hol! Hä, geh! Hörst du, wer es zerruft oder zerruft? Ah, da haben sie mich erwischt. Geh! Der Typ ist voll homophob. Geh! Geh! Autsch! So, ich komm noch mal als türkischer, äh, ich meinte als chinesischer. Ich würd doch schon anrasen. Und so. Äh, was? So, äh, geradeaus? Ja, ich hab'n da immer hier. Alter, die Typen sind aber ganz schön unfair hier. Unfair? Wir rapen die, ja. Zack! Nein, der Typ hat mich kaputt gemacht, ich weiß nicht, dieser Feuer. Da hat er mich erwischt. Hund. Zwölftausend, oh, ich brauch' noch ein paar tausend Coins, brauch' ich noch. Nein, bitte noch nicht zu Ende sein, weil ich will noch den Großen zeigen. Wer ist denn im Vorsprung? Wir, ne? Oh, geil, die kann so'n Heilstab zaubern. Ja. Geil, ich bin jetzt der Personal Healer hier. Ich bin der Heilung. Ich bin der Heiler, ich hocke mich bis in den Hintergrund, der Heiler steht nämlich immer weiter hin. Oh, oh. Oh, da hat er mich erwischt, der Hund. Hier, ein Heiler. Du krieg'n Heil. Hier, ja genau, da, siehste. Aha! Ganz hinten beim Spawn bei uns ist einer. Aber wir sind bei denen noch spawnen, oder? Ja, wir sind jetzt beim Spawn, das ist aber auch einer. Da kommt einer. Also, es funktioniert bei mir nicht. Das ist irgendwie kaputt. Du kriegst noch mal in den Hals, Hauken. Ah, ich krieg'n nicht weg. Okay, einmal muss ich noch sterben, dann hab' ich den Großen. Yippee! Ich weiß zwar nicht, was der kann, aber egal. Der kann groß sein. Oh, wir sind im Spiel voll taktisch. Ähm. Nein! Oh, warum machst du das? Der sollte mich doch töten! Tuck, in deinen komischen Rücken rein, ey. Pass auf, da kommt der gleich wieder. Achtung, Hauken kommt zu dir vor. Okay, steht. Ich brauch doch noch tausend Punkte. Ja, wie böse, wie böse. Warte, ich stehe. Ja, jetzt hab ich's. Jetzt geht's ab, meine Freunde. Jetzt geht's ab. Bitch Slap. Der eine konnte sich auch irgendwie unsichtbar machen, ne? Ich brauch einen Heiltoken. Ich brauch einen Heiltoken. Heiltoken? Pass auf, hier vorne Heiltoken, unten an der Treppe. Oh, oh. Na ja, das ist... Da, hier, hier. Das schießt er noch. Oh, wie er abgeht. Hier läuft einer durchsichtiger rum. Ja, ich. Ne, noch ein anderer. Hier hinten bei uns. Da. Guck's dir an. Halt's hoch, komm da vorne. Boah, wie gut, dich ist immer platziert. So, jetzt hör ich aus im Großen. Tino, hast du auch so was Fettes am Start? Aber sowas von Fettes. Wollen wir zusammen Fettes rum sein? Äh, rumgehen? Fettes? Ja. Jetzt bin ich allein hier. Wir müssen sich einkreisen. Was können wir eigentlich machen? Ich komme, ich komme als Großer. Ja. Ja, ich bin im Heil für uns hier hinten hier. Ihr seid ja beide groß. Okay, ich heil euch. Ihr geht nicht. Los geht's. Ich könnte einbanken. Heiiiil. Später. 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 Er kommt noch, oder? Ach, ihr seid zu dritt. Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Vielen Dank.